Ab Sonntagnachmittag habe ich Angst vor dem Montag. Am Montagmorgen denke ich schon ans Wochenende. Der Dienstag liegt schon ganz bald in der Mitte. Am Mittwoch ist es nicht mehr weit bis zum Freitag. Am Samstag sieht die Welt schon ganz anders aus. Und am Sonntag ist endlich Ruhe im Kasten. Bis dann am Nachmittag wieder die Angst vor dem Montag kommt. Und am Montag man sehnsüchtig den Dienstag erwartet. Sich am Dienstagabend schon sehr auf den Mittwoch früh freut. Und am Mittwoch um die Mittagszeit denkt man schon nicht mal an den Dienstag. Eigentlich beginnt das Wochenende schon am Donnerstag früh. Und dem Freitag, Samstag und Sonntag sollte man noch einen So-Sonntag hinzufügen.